es geht weiter Runde Gladiator kennt ihr ja wahrscheinlich herzlich willkommen erst mal auf meinem Kanal Leute ja schauen wir mal ob hier was passiert ein bisschen anschaffen können wie man so schön sagt schöner Start mausetot soviel aussieht keine Ahnung keine Gewinner mehr ein netter Lauf er ist hier hin 2 Eier wird da so langsam wach 4 Eier nachgeschoben das wollen wir gleich mal versuchen mit einer schönen Steigerung wenn er an so ein bisschen lässt dann gehen wir mal ein bisschen nach oben auf Einsatz jetzt noch nicht noch zu dünn ok maga 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 obwohl immer noch ein geiles Spiel aber was man jetzt hier sieht im ersten Moment ist schon ein bisschen abgelutscht ok wird aus aber ok dann muss das mal 30 Cent geben aus sicherheitstechnischen Gründen ja ist dünn schreibt gerne mal runter wie es bei euch momentan so läuft würde mich immer mal interessieren ob da was neues geht bei euch ob der eine mal so dicke Klatscher dran hatte von den Gewinnen her ja ach schade Kabel besser gewesen aber immerhin ohja das ist schon wesentlich angenehmer jetzt haben wir ein Stiefchen meiner oben da kommt der Glatzkorb gleich nochmal rein 40 ach schade ja am Anfang lief es so ziemlich tot dann sind wir schon wieder fast raus und dann bumm dann erhoben die sich manchmal so leicht aber der Schein trügt also da müsst ihr jetzt eigentlich schon weitermachen gleich sonst ist dann auch schon wieder empty ok das ist ja Aber die Antikei mit zu? Keine Ahnung. ein bisschen magerle wie jetzt erstmal 40 cent ist eigentlich jetzt noch nicht so extrem hoch aber naja wo ist jetzt mal heftig ein schmutziger lauf jetzt könnte sein dass er mich zersäbelt wenn es so weitergeht aber naja ein bisschen lecker schon ein bisschen schmalz noch mal 50, nach den zwei männern mal gucken ob man ein bisschen aufbauen kann auf brutal immer etappenweise nach oben wenn die zwei drin waren oder nach größerem gewinn nicht 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 machen wir mal ein bisschen pause zwischendurch von der quote her Naja, aber es ist im Spiel ziemlich normal, also ziemlich starke tote Phasen auch zwischendurch. Naja, aber es ist im Spiel. Naja, es wird ja schon ein bisschen eklig. Kleine Püßgewinne. Ich glaube nicht, das hätte ich mir so regeneriert. Okay, hier wird trotzdem auf 60. Man weiß ja nie. Okay. 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 So. Okay, also wie?" Ja Leute, wir finden wir ruhigier. Ist schon vorsichtig, sag mal, mein Kopfkissen geholt. So. Hält sich aber irgendwie doch schon. Nicht gerade berauschend, aber... Ihr seht auch selber, durch die Steigerung des Einsatzes passiert auch nicht so wirklich viel, was man so sagen darf, ist alles nur so ein Abgejodel hier. Naja, jetzt zickel die beiden. Ok, hier ist es mal eine Stufe höher. Mal ganz kurz annutschen. Ja. Ich bin ganz unten vom Einsatz angefangen und bin jetzt schon bei 80 Cent. Aber trotzdem, fast sogar 50 Euro noch nicht gekommen. Heftig, heftig, so sagen darf. Das ist aber immer noch top. Kann man jetzt so nichts sagen. Negatives. Ja. 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 Leute macht den Paar zu, die Fortsetzung folgt, bleibt immer schön dran an Papas Kanal, sonst werdet ihr die Fortsetzung nicht sehen. Spielbetrieb geht weiter wie immer, lasst gerne ein Liken, Abo da, euer Popcorn alias Sensen Zocker und Ciao!